und zurück und einfach das geht naja ich wollte es nur einmal kurz ein Prozent des Video machen ob das auch alles wieder geht und so weiter und ja es geht und ihr kommt da auch mal auf der Stelle wieder runter denn hier sollten wir ja nicht ausblüßen das ist schon klar nein jetzt klärt er da alle sie drehen sich da jetzt alle habe ich hier auch man die mir bitte mein Weizen und noch ein Weizen die X2 und die X2 Weizen die X2 1 so so ja also jetzt kann ich noch kurz klären also es war keine Ahnung ich hatte die Welt zum Glück noch mal auf dem USB-Stick kopiert weil ich die gestern freund gezeigt habe und wir da ein bisschen rumprobiert haben am Shadow Mod den wollte ich mir vielleicht auch rein machen aber mein PC der leckt dabei so bei meinem Freund da ist das ein bisschen besser aber wenn wir dann hier so auf dem kleinen Fenster jetzt spielen das ist jetzt kein HD ich können ich mache jetzt einfach nur upscaling hier guck mal unser erster unser erstes Bäumchen wir waren ja vorhin in der Skyblock Welt und ich möchte jetzt auch nicht so lange spielen denn es ist schon wieder etwas später am Abend und ja wir wollen nur einmal kurz das nicht überlegt verlieren also wenn wir jetzt mal zurück zum Hauptmüll gehen ach ja ich hab die Welt gar nicht mehr drauf stimmt ja das stimmt ja ja ich hab die jetzt nur im Punkt Mein Kampf Ordner drin da unten ist ja die Skyblock Welt habt ihr gerade gesehen ja ich wollte duschen duschen unser Physiklehrer sagt zu duschen mal duschen wenn ihr euch dann duscht wer hat eigentlich Bock auf 333 Familienspiele die CD die liegt hier schon etwas länger hier rum die habe ich nämlich bekommen oder Abner mal Geschenke kriegt als ich 9 war oder sowas wozu ist denn der denn hier ist doch ein schönes Lied oder was man hier so es ruckelt warum kann ich nicht wirklich genau sagen es ist immer noch besser als vor ungefähr Prozent zwei bis drei Wochen da ging es ja gar nicht mehr da hatten wir irgendwie acht Bilder pro Sekunde keine Ahnung keine Ahnung ach im Hintergrund läuft auch Skype und Hamachi läuft ja also hier muss ich mir noch irgendwas naja eigentlich müssen wir hier oben auch gar nicht drauf zum Glück habe ich aber alle Kühe wieder reingekriegt ja und wir haben schon so eine riesige Welt ich muss mich jetzt erstmal wieder hier dran orientieren weil ich hab schon etwas länger nicht mehr gespielt ja und bei meinem Freund am PC da war das auch so dass wenn man hier hingeht und dahinten dann durch die Welt läuft das wir dann an einem Dschungelbiom rauskommen ich zeige euch das einmal noch mal kurz aber vorher mach ich mal eben hier alles mögliche aus so 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 und Grafik schnell damit wir da auch hinkommen überhaupt ich ich doch nicht ja da hinten da fängt das mit dem Dschungelbiom an und wir merken schon hier wird es immer ruckeliger going equilibria die viel gehen er zu uns solcher jungen zu unter es ist da das noch nicht möglich ist in dieser Version euch doch ich hab schon abgab gehabt doch wir haben nicht die Möglichkeit auf die Bäume zu klettern das sind viermal vier Bäume und es ist nicht überall die jahre Zeugs von deswegen können wir da auch nicht hoch so da hinten ist es auch schon das Dschungel Biom wenn wir hier so rumlaufen naja mäh ja genau mäh 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 es soll ja auch Dschungel Tiger Tiger geben oder sowas neuer hier wo es ist es ist das Holz hat ist das tatsächlich Holz ja das ist heute ist es nur das soll ja es ist ja Schulholze die ja und hier dass man nicht mehr können dann nicht so wirklich richtig gut hoch der ruckelt hier ja auch jetzt übelst naja hier so haben wir dann da unten unser kleines Seelein aber wir sehen schon das funktioniert auch wieder hier vernünftig so aber ich gehe jetzt mal wieder zurück ich gehe jetzt mal wieder zurück die gibt es aber überall nur Kohle Kohle bauen auch noch irgendwann mal ab hier guck mal hier aber wenn die meinten wenn die den Shadow Mod von Anfang an in Minecraft einbauen würden dann könnten die meisten keine Minecraft mehr spielen Grabo Mart haben wir nicht mehr ne so aber wir gehen jetzt hier erstmal wieder raus wir haben im Hintergrund bei uns wir sind nur neben Baumhofen durch auf und so auch mal die Kür Kür machen wir das ist ja das Ding wo ich jemand runtergehen wollte nee hier ist das da war ich ja schon einmal unten wegen dem Enderman Enderman beende dein Leben mit einem schläglichen äh vom Enderman so und hier sind wir wieder in unserer Gegend nein okay N Okay K Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020